hallo liebe pixel zum pixies mein name ist aha und herzlich willkommen zur vierten mission von die siedler 5 und zum mittlerweile fünften teil ja was soll er sagen leute wir sind jetzt soweit dass wir die gegner angreifen deshalb sind jetzt beim sechsten teil und sind jetzt soweit dass wir die gegner angreifen und wollen sie jetzt fertig machen also pause beenden da wir haben 20 minuten zeit ja mein lord dafür sind wir genau die richtigen ja herr jawohl wird gemacht ja nichts lieber als das seid unbesorgt ich bin total umsorgt jawohl ihr seid auf feinde gestoßen sie greifen an hinfahrt mit euch jetzt sollen sie sehen mit wem sie es zu tun haben jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt ja mein herr angriff bis in den tod bis in den tod feinde greifen euch an in ordnung auf in den kampf meinen verbündeten soll nichts geschehen auf in den kampf für ruhm und ehre ihr werdet angegriffen dafür sind wir genau die richtigen so soll es sein auf in den kampf einer eurer helden wird angegriffen so soll es sein attacke folgt mir brüder eure arbeiter bezahlen ihre steuer seit unbesorgt angriff nur mut wir werden sie verzeiget euch ihr werdet angegriffen für ruhm und ehre los das ist eine sehr schließlich verlieren ich tue mein bestes jawohl ergreift sie jawohl für ruhm und ehre feinde greifen euch an macht sie nieder angriff dank der hilfe von helias dario eric und seinen mannen war es gelungen die belagerung um crawford aufzuheben der feindliche anführer hatte jedoch durch einen unterirdischen geheimgang fliehen können es stellte sich heraus dass es niemand geringeres als der schwarze ritter kerberos war ein handlanger des schändlichen mordrett als man den verräterischen bischof durchsuchte fand man ein teil das zu darios amulett passte noch wusste niemand damit etwas anzufangen aber es schien eine seltsame macht von ihm auszugehen das nächste ziel sollten die städte clay court und bar messia sein ursprünglich geeint bildeten sie nunmehr zwei völlig voneinander geschiedene reiche bei diesen verfeindeten reichen bestand nach helias aussagen nicht nur wirkungsarbeit für ihn es galt auch verbündete und freunde für die gemeinschaft zu gewinnen die sich der wiedererrichtung des alten reiches annehmen würden als zeichen der anerkennung erhielt dario vom regenten dorfbar eine neue rüstung so hatte er mit crawford bereits eine verbündete stadt hinzugewonnen okay es regnet was ja hervorragend dann haben wir das spiel jetzt gewonnen haben wir mal das spiel verlassen ah gucken wir uns noch die schönen statistiken an hier geht das nochmal richtig schön geld und punkte und alles und das sagen soll mal gucken wie sich die einzelne werte entwickelt haben und zahl der siedler das war es würde ich sagen gut gemacht wenn es keiner von euch tut muss ich mir selber auf die schulter klopfen hey ansonsten kommt gerne vorbei ihr wisst wo ich wohne wisst ihr nicht sage ich euch nicht aber wenn ihr mich seht klopft mir auf die schulter dann muss ich es nicht mehr tun in diesem sinne ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß mit dabei zuzugucken wie ich den gegner fertig gemacht habe vollkommen strategie los mit einer übergroßen armee einfach überrannt wie ich es hatte es zu tun und dann sehen wir uns gleich in der endcard morgen im nächsten video und bis dahin viel spaß beim selbersiedeln wünscht euch euer haha hallo und herzlich willkommen auf der endcard danke dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt ein weiteres video findet ihr oben links meinen kanal abonniert hier oben rechts neueste trailer und soundtracks findet ihr auf dem kanal von trailer kommando den link dazu unten rechts und unten links findet ihr meine shorts playlist wir sehen uns im nächsten video bis dahin viel spaß beim selbersiedeln wünscht euch euer aha